Wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des amerikanischen Radenschachs und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Blindzeit, dem NFL-Talk von Football. Mit mir, dem guten Phil und natürlich an meiner Seite, wie immer, der liebe Matze. Matze, grüß dich. Grüß dich, Phil. Wie immer kann man jetzt auf jeden Fall sagen. Ich hatte ja mal eine Woche aussetzen müssen, aber jetzt bin ich wieder voll da und ready mit dir, diese wunderbare Woche zu diskutieren. Und wir haben gerade schon ganz kurz gesagt, noch bevor ich den Aufnahmeknopf gedrückt habe, die Stimmung war kurz am Kippen, denn, du hast erwähnt, gegen dich hat in dieser Woche Josh Jacobs gespielt. Bei Fantasy, ja. Das ist nicht so gut gelaufen, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Quarterback von dem gegnerischen Team war, aber auch der hat abgeliefert. Aber Josh Jacobs hat mich komplett fertig gemacht, von daher. Ach ja, Josh Allen war der Quarterback, danke dafür. Sehr gut. Also, ich wurde absolut gejosht diese Woche. Gut. Naja, sieht trotzdem noch gut aus und ja, wir haben wieder einige Teams gehabt diese Woche, die sich keine Blöße gegeben haben, aber wir haben uns entschieden diese Woche, wir müssen da mal eine kleine Veränderung vornehmen. Und deswegen werdet ihr mehr Schocker erleben. Es könnte auch die Schocker-Folge sein, äh, als üblich. Ja, das ist wahr. Ich glaube vier Schocker, die wir in einem Themenblock zusammengefasst haben. Also, eine kuriose Woche und fackeln wir einfach nicht lange und starten direkt, aber wie immer zuerst mit unseren 30 Sekunden. Wir sind bei den 30-Sekunden-Fazits. Wir werden uns jetzt extrem beeilen, weil wir haben ja einige Spiele, durch die wir durchgehen müssen, aber vorher wollen wir natürlich nochmal betonen, es war eine besondere Woche, es war Thanksgiving-Woche. Ihr werdet das auch bei den Highlight-Spielen merken, da haben wir uns zwei von drei rausgesucht. Wie war denn dein Thanksgiving, Phil? Was gab's zu essen? Äh, Gänse. Ohne Ende. Denn wer es von euch nicht weiß, ich arbeite in der Gastronomie, in der Küche und ich habe einen Haufen Gänse zubereitet. Äh, ich, puh, wie viel waren es? 20, 21 ganze Gänse, viele, viele Teile und ja, es war sehr, sehr sättigend, weil natürlich immer ein bisschen Reste übrig. In dem Sinn, wenn dann du das Handy da stehen hast und den Game Pass gucken kannst, während du eine Gänse auseinander nimmst, ist das an Thanksgiving natürlich ein absoluter Knüller. Okay, ich dachte, du hättest dir danach einen Döner geholt oder so, weil einfach keinen Bock mehr Gänse zu sehen. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, nee, Feierabend, Gänse geht gar nicht mehr. Das ist wie, das ist wie das erste Mal an einem Neugeborenen schnuppern. Spätestens wenn es das erste Mal kackt ist, Feierabend. Gut, aber wir haben ja nicht die Zeit in diesem Segment, alle Spiele in Gänse zu besprechen und demzufolge fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Spiel. Die Denver Broncos haben die Carolina Panthers besucht und allein vom Matchup her denkt man, das war bestimmt ein wahnsinniger Leckerbissen. Auch wir bleiben bei dem Thanksgiving-Thema-Leckerbissen. Phil, erzähl uns doch bitte mal in 30 Sekunden, was da passiert ist. Konnten die Denver Broncos das schon drehen? Muss ich wirklich. Ich starte mal mit diesen Worten. Muss ich wirklich. Es war ein Downer. 30 Sekunden gehen richtig gut los. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Carolina Panthers haben spektakulär 23 zu 10 gewonnen. Denver ist offiziell am Bodensatz, am Kaffeesatz der Tasse angekommen, denn es ist einfach nur grauenhaft. Wenn dich deine eigenen Teamkollegen sogar von der defensiven Seite während des Spiels angehen, ich spreche hier über Russell Wilson, in Form von mach endlich irgendwas, dann ist das kein gutes Zeichen. Die ganze Körpersprache in dieser Offense bei Russell Wilson ist kaputt, broken. Du nimmst ihm einfach nichts mehr ab. Denver unten durch. Fertig. Ja, gebe ich dir absolut recht. Ja, die Pressekonferenz danach war auch ziemlich gut leer. Ich weiß nicht, wie es ist oder wie es euch geht, aber oder dir, weißt du, wenn ich früher Russell Wilson bei den Seahawks in Pressekonferenzen gesehen habe, ich habe es ihm irgendwie abgenommen, wenn er nach einem nicht so guten Spiel dastand und gesagt hat, ja, ich glaube in mich und ich glaube an unsere Fähigkeiten, ich glaube an das Team und so weiter und so weiter. Wenn es da auch nur Geschwafel gewesen ist, ist mir das vollkommen egal. Aber es kam irgendwie danach wenigstens was. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass ein Russell Wilson anfängt an sich selbst zu zweifeln. Weißt du, wie ich meine? Der hat natürlich auch eine große mediale Präsenz. Also der lebt ja auch viel über Social Media. Das heißt, der kriegt natürlich auch jeden Shitstorm mit. Und dass Leute sagen, okay, der hat jetzt seine Kohle, dem ist alles egal. Ja, das macht auch. Und ja, es ist schwierig. Also ich gönne es dem eigentlich, dass es noch rumdrehen. Aber ja, teuer den Coach einfach und gib dem Coach die Schuld. Weil Coaching geht besser, ne, Phil? Ja, stimmt. Ja, Coaching geht besser. Bei uns und auch vielleicht in dem jetzt kommenden Spiel bei dir. Denn es geht um die Houston Texans, die zu Gast gewesen sind bei den Miami Dolphins. Was war da denn los? Ja, ich glaube einfach, Coaching geht besser. Denn was Mike McDaniel dieses Jahr mit den Dolphins offensiv irgendwie auf den Rasen zaubert, ist einfach nur der Wahnsinn. Ich glaube, die haben 30 zu 0 geführt zur Halbzeit. Und es war ein ganz kurioses Spiel irgendwie. Also diese zwei Hälften, da muss man erstmal drüber hinwegkommen. Er hat dann Tua gebencht. Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass man den MVP-Case für Tua pushen will, um einfach mal zu zeigen, ey, wir kriegen ohne Tua gegen die Texans 15 eingeschenkt und wir haben keine Punkte gemacht. Also der muss MVP werden. Das ist der Takeaway, den ich aus dem Spiel mitgenommen habe. Weil die Texans, die kämpfen um den First-Round-Pick. Den ersten Overall-Pick. Und die Dolphins sind der Hammer. Ja, kann man nicht alles sagen. Aber gut, es waren auch nur die Dolphins. Gut. Also ich weiß nicht. Die Houston Texans haben ja jetzt auch einen anderen Quarterback gestartet. Und manchmal geht das sehr gut, in dem Fall nicht. Aber im nächsten Spiel haben wir auch einen Commander in der Liga. Und zwar Commander Heineke hat gespielt gegen die Atlanta Falcons. Was haben die Atlanta Falcons denn diese Woche so angestellt? Sie waren, um es mal positiv auszudrücken, stark bemüht oder gut bemüht mitzuhalten. Nein, sie hatten sogar wirklich die Chance, das Ding zu robben. Aber, und das sage ich schon seit mehreren Wochen, die Washington Defense, auch ohne einen Chase Young, ist wirklich gut. Und das haben sie hier wieder gezeigt. Haben sie ein Spiel gehalten und haben am Ende auch den Sieg secured. Man muss hier wirklich so ein bisschen downsteppen von Taylor Heineke, rettet den Tag. Denn an seinem Spiel liegt das nicht. Das ist seine Mentalität. Das Team vertraut ihm. Und das Team fühlt sich gepusht, wenn er da ist, weil er auch eine gewisse Energie in dieses Team reinbringt. Rein sein Spiel bringt jetzt nicht so viel. Ich sage es mal in diesen Worten. Ja, okay. Gehe ich mit. Die Falcons haben wieder... Es will irgendwie auch keiner diese Division gewinnen, habe ich das Gefühl. Aber kommen wir ja gleich noch zu. Ja, ich erinnere an, ich habe nur dieses Bild vom Playoff-Picture im Kopf und ich sehe die Standings und dann sind die Wackeniers da oben mit einem Negativ-Rekord und irgendwas stimmt da einfach nicht. Es fühlt sich einfach falsch an. Ich meine, ich weiß, warum sie da stehen, wo sie stehen, aber es fühlt sich einfach falsch an. Jetzt mache ich mal eine gute Überleitung. Was hat sich auch falsch angefühlt im Spiel der L.A. Chargers gegen die Arizona Cardinals? Oh, das ist eine gute Frage, auf die ich nicht vorbereitet bin. Aber ich kann dir sagen, was sich nicht falsch angefühlt hat für mich, ist die Biene stich von hinten. Denn letzte Woche habe ich euch ein paar Tiers präsentiert und da habe ich die Chargers da reingepackt und die haben ganz am Ende die Kohlen aus dem Feuer geholt. Also Justin Herbert hat ein absolut starkes Game gemacht, gerade am Ende, wenn es darum ging. Und es war ein spannendes Spiel und es ging gut los für die Cardinals mit einem DeAndre Hopkins-Touchdown, wo er einfach mal die Kreistaste drückt und ein Spin-Move des Todes macht und einfach durchrennt. Aber Herbert, Eckler und Everett waren einfach am Ende Klatsch. Und Brandon Staddy hat seinen Mut wiedergefunden, bei 4th Down drauf zu gehen und die Two-Points zu machen, das Spiel einfach zu entscheiden und fertig. Ja, absolut richtig. Ich finde, das ist auch so eine Eigenschaft. Ich habe lieber einen aggressiveren Headcoach wie jetzt Brandon Staddy zum Beispiel als zu passives Playcalling, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mir in letzter Zeit so ein bisschen bei ihm gefehlt. Ich finde es schön, dass er wieder in diese Schiene reingegangen ist. Und er wieder zurückgefunden hat in diese Spur. Also Passivität kommt in der Liga, glaube ich, nicht weit und du musst aggressiv spielen. Und haben wir denn Aggressionen erlebt im nächsten Spiel? Und ich hoffe, es ist das Richtige jetzt. Die LA Rams bei den Kansas City Chiefs? Richtiges Spiel! Richtiges Spiel! Und ja, wir haben Aggressionen erlebt, denn dieses Spiel war in zweierlei Hinsicht ein Schlag ins Gesicht. Denn zum einen haben die LA Rams eine ordentliche Klatsche von 26-10 bekommen und wurden vorgeführt von den Kansas City Chiefs, die ihre Favoritenrolle wieder mal mit einem fetten Rotstrich unterzeichnet haben. Aber es gab noch einen Schlag ins Gesicht und zwar für unseren Leihendie-Gewinner der Herzen, der gute Sean McBayer, nämlich von seinem eigenen Mann einen ordentlichen Kinnhaken abbekommen. Unfassbar lustig! Also das Standbild in diesem Moment, großartig. Ein Sinnbild für die ganze Saison der LA Rams. Ja, ein absolutes Standbild. Nehmen wir Standbild als Aufhänger für das nächste Spiel. Das war nämlich die New Orleans Saints zu Gast bei den San Francisco 49ers. Ja, man hätte eigentlich das Spiel auch in die gemeißelt Statistik bringen können, weil ich glaube, dass Andy Dorton war einfach gemeißelt auf dem Feld. Da ging nicht viel. Also Andy Dorton entwickelt sich innerhalb von einer Woche zum fast blindige Winner zurück zur Mandarine und kriegt es halt nicht hin, mal irgendwie viel aufs Feld zu bringen. Keine Touchdowns, 21 Yards. Damit war er übrigens Leading Rusher seines Teams, ja, mit 21 Yards. Alvin Kamara fumbled zweimal. Aber die große Story ist hier die San Francisco 49ers Defense, die jetzt in den letzten acht Halbzeiten fünfmal den Gegner bei null Punkten halten konnte. Also, Leute, das ist unglaublich. Die 49ers on track nach ganz oben. Da mussten sie nicht viele Punkte machen. 13-0. Ja, das zu null wäre mein Standbild gewesen. Also das war... Okay. Ja. Einfach nichts passiert. Aber es scheint da Mode zu sein, ne? Ja, wohl wahr. Wohl wahr. Gut. Phil. Ach, ich will nicht. Hör auf. Ich glaube... Okay, Phil. Beim nächsten Spiel, ja, hast du, glaube ich, weil es scheint Mode zu sein, hast du auch jemanden gesehen, der in Mode kommen könnte vielleicht als neuer Starting Quarterback deines Teams. Und zwar haben nämlich die Green Bay Packers die Mammutaufgabe Philadelphia Eagles vor sich gehabt. Wie ist das denn ausgegangen? Ja, sie wurden zerstampft, als wäre es ein Mammut. Sie haben 40 zu 33 verloren. Es war teilweise echt nicht schön. Also die haben den Packers insgesamt 500 Yards eingeschenkt. Die Running Defense ist ein absoluter Witz. 363 Yards haben sie da kassiert. Ich sehe mal den Lichtblick, denn ansonsten gibt es eigentlich nichts. Der Lichtblick hier, Jordan Roth hat in seinem vierten Quarter, das er spielen durfte, oder im vierten Quarter, in dem er eingewechselt wurde, gut abgeliefert. Das hat ordentlich ausgesehen und macht ein bisschen Mut für die Zukunft. Und ich hoffe einfach, dass er so auf diesem Level weiterspielt, denn das hat mir gefallen. Das war der positive Takeaway von diesem Spiel. Okay, dann würde ich das kurz mal unterbrechen und meine erste Frage unserer Show mal reinwerfen, an dich und an euch. Also bitte, wir freuen uns immer drüber, wenn ihr kommentiert. Schreibt mal rein, was ihr dazu denkt, denn seid ihr der Meinung, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Jordan Roth den Rest der Saison starten zu lassen? Weil Aaron Rodgers hat ja auch eine weitere Verletzung neben seinem Daumen jetzt bekommen. Oder glaubt ihr, okay, nein, wir müssen Aaron weiter starten lassen? Phil, was meinst du? Meine Idee war ja schon vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, lass den Jungen spielen. Lass Jordan spielen, ist in Ordnung. Hakt die Saison ab. Also was heißt, hakt die Saison ab? Aber du willst doch den Jungen, den du in der ersten Runde geholt hast, wenigstens ein bisschen evaluieren können oder sagen können, hier, das kann er. Oder den anderen zeigen können, hier, guck mal, das kann er. Falls du vielleicht mit dem Gedanken spielst, ihn doch wegzutraden. Also du tust dir halt selbst als Franchise in dem Moment überhaupt kein Gefallen, indem du ihn einfach nur auf der Bank sitzen lässt. Was machst du? Am Ende von dieser Saison musst du dich entscheiden, ob du die 5. Option nimmst. Nimmst du die mit einem Quarterback, von dem du noch nichts gesehen hast, ist ein Risiko. Backtraden kannst du nicht, wenn du den anderen potenziellen Interessenten nicht zeigst, hier, das kann er. Also du tust dir einfach selbst keinen Gefallen, du schießt dir selbst ins Knie. Von daher, come on, lass ihn spielen. Ja, ich bin da bei dir. Und vor allem, wenn er es wirklich verkacken soll, die letzten Spiele, dann kriegen die einen guten Pick und können sich einen neuen Quarterback holen. Natürlich, natürlich. Und es sollte eigentlich auch so geschehen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das gab es in dem Franchise schon mal, dass es einen Quarterback gab, der überbezahlt war, sich verletzt hat und dann kam ein anderer Quarterback rein und durfte spielen. Aber wer weiß, ob sich Dinge wiederholen oder nicht. Ich hoffe, das Monday-Night-Game wiederholt sich nicht so oft. Oh, mein lieber Scholli, aber hallo. Pittsburgh Steelers zu Gast bei den Indianapolis Colts. Ja, ich will es nicht schlechter reden, als es ist. Ich meine, wir hatten Thanksgiving, wir hatten viele Highlights, tolle Spiele, wir werden noch drüber sprechen. Aber die Pittsburgh Steelers Indianapolis Colts war jetzt nicht unbedingt der Leckerbisten, weswegen viele Leute in Deutschland wach geblieben sind, glaube ich. Trotzdem, wenn ihr es nicht gesehen habt, ihr habt verpasst, dass Kenny Pickett sich immer weiterentwickelt. Es sind gute Pässe dabei, solide Pässe, eine gute Passing Percentage von, ich glaube, über 70 Prozent und ein Roadwin bei den Colts, die ja nun wirklich sehr physisch spielen gerade. Ich habe vieles Gutes von Pittsburgh gesehen und eigentlich war das nie gefährdet, weil bis auf einen 80-Yard-Run der Colts haben die nicht viel hingekriegt und weiterhin Matt Ryan ist done. Also das Kapitel Matt Ryan ist, glaube ich, nach dieser Saison beendet. Ja, und es ist seltsam, du hast einen weiteren, in Anführungszeichen, Star-Quarterback, der in Indianapolis verheizt worden ist oder der in Indianapolis einkehrt, um seine Karriere endgültig in den Keller zu fahren. Das ist ja schon Bears-Level, was da geht. Dass du wirklich es nicht hinkriegst, einen Quarterback zu finden. Und das Schlimme ist, du bist halt vom Rekord immer so gut, dass du halt auch nicht die ersten Picks kriegst im Top. Richtig, du bist mehr so super mediocre und nicht zu gut und nicht zu schlecht, genau an der Grenze zur Mittelmäßigkeit. Die haben schon vier Siege, weißt du? Also von daher, das ist schwierig. Okay, aber das war's mit unseren 30 Sekunden. Genau, die 30 Sekunden sind rum und ich hau jetzt einfach raus. Wir gehen weiter zu dem einen Spiel, bevor wir in die vier Shocking Games reingehen. Ja, nochmal, es sind vier Shocker-Spiele diese Woche. Das eine Spiel ist natürlich unsere Angry Duck. Unsere wutentfachte oder wutentbrannte Angry Duck finden wir diese Woche im Spiel der New England Patriots zu Gast bei den Minnesota Vikings. Es gab die Situation von einem vermeintlichen Touchdown-Pass von Mac Jones zu Hunter Henry, der einen Pass in der Luft fängt, deutlich über der Touchdown oder der Endzone-Markierung und auf dem Boden die Kontrolle über den Ball verliert. In der Luft den Ball aber permanent secured. Das Ruling auf dem Feld war ein Touchdown und wurde nach Überprüfung overturned zu einem Incomplete Pass. Und die Kontroverse an dieser ganzen Geschichte, ich sag sofort, ist es ein Touchdown oder nicht? Die Auslegung der Regel ist eigentlich eindeutig, nein, es ist kein Touchdown. Eigentlich braucht man nicht weiterreden. Die Sache ist die, 99% der Leute, und ich zähle mich auch dazu, ich bin ehrlich, sehen das anders und hätten das gerne als Touchdown. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war ein Catch in der Endzone, in der Luft. Also wenn der Ball secured ist, sicher, und er auch nur die Endzone überschreitet, ist es ein Touchdown. Wenn ein Running Back mit einem Ball in der Hand über die Endzone drüber kommt, ist es ein Touchdown. Wenn er über den Boden rollt, also wenn er so drüber robbt und ihn dabei verliert, ist es trotzdem ein Touchdown. Ich verstehe die Kontroverse hierbei nicht, weil er verliert den Ball, nachdem er ihn sicher in der Luft secured hat. Er ist in dem Moment über der Touchdown-Linie. Touchdown. Und ja, ich weiß, er wobbelt auf dem Boden, er schlägt auf, der Ball wird loose. An jeder Stelle, an jeder Position auf dem Feld, sage ich, ja, Kontrolle über den Ball verloren. In der Endzone, und das ist mein Punkt, und das wäre meine Auslegung von dieser Regel, was sie in Zukunft vielleicht machen sollten, lasst die Regel, so wie sie ist, auf jeder Position auf dem Feld, außer in der Endzone. Wenn du in der Endzone den Ball fängst und sichtbar, sicher hast, ist es in dem Moment ein Touchdown. Fertig, egal, was auf dem Boden passiert. Das ist, glaube ich, die Position, die viele andere auch teilen. Und ja, nochmal, ich wiederhole es, ich weiß, die Regelauslegung ist klar. Er fällt auf den Boden und er verliert die Kontrolle, also inkomplete. Trotzdem, was hältst du von dieser ganzen Geschichte? Du hast lange genug Zeit gehabt, dir eine Meinung zu bilden. Ja, das ist richtig. Ich konnte jetzt auch sehr lange zuhören. Ich habe zu einigen was zu sagen. Also erst mal bin ich der Meinung, man sollte keine unterschiedlichen Regeln, Auslegungen machen, mit dem Unterschied auf dem Feld, im Field of Play und in der Endzone. Ich glaube, man sollte das nicht unbedingt unterscheiden, weil dann gibt es wirklich richtig viel Diskussionsstoff, glaube ich. Warum unterscheidet man das überhaupt? Weil Scoring Plays sind? Weiß ich nicht. Also ein Catch muss ein Catch sein, egal wo. So, dann zu der zweiten Sache. Es gibt ja einen Unterschied und ich denke mal, ihr wisst das, weil ihr kennt euch richtig gut mit Football aus. Wenn ein Spieler einen Pass in der Endzone fängt und mit zwei Beinen oder Zehen sozusagen hier in der Endzone steht und dann mit dem Ball fest hat und umkippt und den Ball nicht verliert, ist es ein Touchdown. Sollte der diese zwei Zehen drin haben, den Ball fangen und umkippen und dabei beim Aufprall den Ball verlieren und der Incomplete gehen oder der Ball sozusagen auf dem Boden gehen dabei und dann loose werden, ist das ja kein Touchdown. So, da gibst du mir recht, richtig? Äh, ja. Ja, gut. Das passiert nicht so oft und meist fangen die auch den Ball, knallen auf den Boden, kommen dann aus dem Getümmel hoch und werfen den Ball irgendwo hin, weil er war ja ein Touchdown. Okay, gut. Aber der Punkt bei Hunter Henry ist ja, es ist ja keine Art des Catches, wo danach gesagt wird, er muss zwei Schritte machen oder ein Football-Move oder so, weil das nicht möglich ist. Das ist ja eine Art Possession-Catch dort. Und ich habe die Szene mir mehrfach angeguckt. Mein erstes Gefühl war, dass, oder sagen wir es mal so, auf die Lösung komme ich gleich, was mein Vorschlag ist, wie man das vielleicht anpassen könnte. Weil ich bin bei dir, ich finde es hammerschade, dass das kein Catch ist, denn sein Körper verdreht sich natürlich auch und er hat die Kontrolle und bei der Berührung des Balls auf dem Boden verliert er die Kontrolle nicht. Er verliert sie erst danach und holt sie sich aber sofort wieder. Ja? Der Ball ist nicht loose, wenn er auf dem Boden ist. In dem Sinne. Okay? Und er kommt auch danach nicht nochmal auf den Boden. Demzufolge wäre mein Vorschlag, und das dachte ich auch, was passiert, dass es ein Catch an der Ein-Yard-Linie, also dass der Ball an der Ein-Yard-Linie oder so gespottet wird, als er wieder Kontrolle hatte. Weil es ist ja meiner Meinung nach immer noch ein Kompi-Catch, weil der Ball nie ohne Kontrolle den Boden berührt. Also zu keinem Zeitpunkt ist der Ball unkontrolliert mit dem Boden verbunden. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schade. Ist blöd für die Patriots gelaufen. Dann bin ich froh, dass ich kein Fan von einem Franchise bin, sondern einfach ein Kopp an sich, weil es würde mich wirklich ankotzen. Pascal, wir brauchen deine Meinung. Jetzt gibt es den Text unten. Das muss ich jetzt wissen. Ja. Aber ich bin der Meinung, es ist richtig ausgelegt worden. Und es ist auch gut, dass die dabei so bleiben. Es ist halt nur irgendwie Banane, wenn ein Running Back zum Beispiel ein paar Schritte läuft, sich über die Endzone sozusagen wirft, mit dem Ball auf der Endzonen-Linie aufkommt und der Ball loose geht. Und dann ist es aber ein Touchdown. Ist es trotzdem ein Touchdown. Richtig. Weil er kurz vorher, bevor der Ball auf den Boden kommt und loose geht, seine Moves gemacht hat und demzufolge die Possession hatte. Ja. Das ist halt das Komplizierte und das muss irgendwie versucht werden zu ändern. Richtig. Auf der anderen Seite, und jetzt kommt der große Punkt, im Kontext hat es die Defense schon eh schwer, irgendwie was zu verteidigen gegen die Offense durch viele Regelauslegungen. Ja. Und wenn man jetzt nochmal einen Push in Richtung Offense macht, dass Catches einfacher werden, ist es glaube ich für, also kannst du glaube ich jeden Cornerback fragen, der denkt sich scheiße. Da habe ich jetzt keinen Fall. Ja, okay. Ich weiß, was du meinst. Ja, da gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht, ja. Es ist eine generelle Regelauslegung schon sehr offensiv freundlich, das stimmt. Und das jetzt noch freundlicher zu machen, ja. Aber ich bin bei dir, ich verstehe total deinen Frust und der der 99 Prozent der Football-Gemeinde. Ja, die Vikings-Fans wahrscheinlich nicht, aber. Denn, und da wollen wir ja mal kurz, weil das unser Angry Duck ist, wir haben uns jetzt aufgeregt darüber, aber Mac Jones zum Beispiel ist kein Grund gewesen, über den man sich in dem Spiel aufregen musste. Nein, nein, nein. Und um nochmal kurz das Spiel vielleicht ein bisschen abzurunden. Es war ein hammergeiles Spiel. Ein sehr gutes Spiel. Schön Thanksgiving-Night. Das war absolut überragend. Die Vikings waren am Ende einfach das gestacktere Team auf der Receiver-Position, was Justin Jefferson, und das ist für mich der Mann, der den Unterschied macht bei den Vikings, was der abreißt in Double-Coverage. Also wenn du mitbekommst, dass im Huddle gesagt wird, dass Kirk Cousins sogar schon zugegeben hat, dass es im Huddle so abläuft, er einfach nur noch sagt, pass auf Justin, ich werfe ihn da irgendwo hin. Der ist kein Scheiß, ne? Also der sagt, im Huddle sagt er, pass auf Justin, ihr kommt da irgendwo hingeflogen, guck, dass du da bist. Aber das findet der geil, glaube ich. Das ist die Anpassung, die in einem Huddle gemacht wird. Also großartig. Also das gebe ich den Vikings wirklich, wirklich geil. Also was wir da an diesem Jungen haben, ist wirklich geil. Also die Vikings haben auch mit die beste Passing-Attack in der ganzen Liga. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Man könnte eigentlich schon sagen, die beste Passing-Attack auf jeden Fall in der NFC. Also wenn ich jetzt sonst die Teams so durchgehe, gut, Jimmy Garoppolo und seine Leute, da ist natürlich auch viel Talent da, aber ich sage die Vikings mit vielen, Hawkinson und Jefferson, das schlicht so keiner. Zwei Right Receiver und ein Tidant. Und ich würde an der Stelle Kirk Cousins auch gerne nochmal loben, weil es war ein Spiel, in dem er gegen eine doch sehr starke Patriots-Defense 300 Yards abgerissen hat. Okay, es waren 299, aber 300 Yards abgerissen. Und die Welt hat zugesehen. Die Welt hat zugesehen. Nur das Spiel. Prime Time. Also Respekt. Tut mir leid, Kirk, du kriegst den Ruf nicht weg. Gut, okay. Schließen wir die Vikings und die Patriots ab, schließen wir unsere Angry Duck ab, haben wir ja sowieso, und kommen zu den jetzt schon mehrfach angekündigten Schockern der Woche. Was soll man sagen? Es gab nichts, was in den Stein gemeintet gewesen ist, muss man so zu sagen. Es hat einfach alles überrascht. Alles war ein Zuckerstückchen. Und wir fangen mit dem Zuckerstückchen an, das da heißt, die New York Jets von Mike White angeführt auf der Quarterback-Position zerstören die Chicago Bears 31 zu 10. Und ich sage das aus diesem Grund so euphorisch, weil ich mich tierisch für diesen Jungen freue. Mike White springt hier in die Bresche für ein letzte Woche, naja, sagen wir es mal so, wollen wir sagen, doch, er ist gebencht. Zach Wilson ist gebencht, hat sich im Prinzip innerhalb von einem Zwei-Minuten-Interview seine Karriere erst mal versaut. Kann man es so sagen? Eigentlich so in zwei Sekunden. Mit einem Wort. Zwei Minuten. No. Ja, also glaubst du, du bist dran schuld, dass gerade irgendwas nicht so gut funktioniert? Nö. Karriere zu Ende. Und wer jetzt fragt, warum, der gehört genau in dieselbe Schublade. Ja, und Mike White läuft auf und macht hier ein bombenmäßiges Spiel. 22 von 28. Fast 80 Prozent seiner Pässe sind angekommen für 315 Yards gegen die Bears Defense. Okay. 149er Passer-Rating und drei Touchdowns. Und ich kann einfach nur sagen, hoffentlich geht das so weiter. Wenn die Jets mit diesem Effort weiterspielen, dann sind sie wirklich zu Recht am Ende im Playoff-Picture. Weil es war ja die ganze Zeit so ein bisschen so ein Hin und Her. Gutes Spiel, schlechtes Spiel. Dann sind sie aufgrund von schlechterem Spiel von anderen Teams in die Playoffs reingerutscht und wieder aus dem Fenster raus, jetzt wieder drin. Und wenn sie so spielen, mit dieser Aggressivität und Mike White bringt diese Robert-Suller-Aggressivität ein bisschen besser rüber, ist auf jeden Fall coachable, großartig. Hat mir sehr gut gefallen und war ein absoluter Schocker, weil ich natürlich erstmal davon ausgegangen bin, dass die Defense von den Bears hier ein bisschen ordentlicher zuschlagen wird. Und ich bin davon ausgegangen, dass, muss ich dazu sagen, auch Justin Fields spielt. Hat er aber nicht. Ja, es war eine ganze Zeit ein bisschen Rumor, dass er nicht spielen könnte und dass Trevor Simien auflaufen wird. Bestätigt wurde es aber wirklich erst kurz vor Beginn. Ja, mein Tipp war für die Eime oder für die Tonne, denn ich habe auf die Bears getippt. Egal, denn das hat mich ja dann geschockt, dass die Jets hier diesen Sieg davon tragen. Ja, also die Jets denken sich wahrscheinlich auch, hoffentlich geht es noch weiter. Das musste ich jetzt die ganze Zeit denken. Aber ja, Mike White hat den Ball halt auch super verteilt. Also ich hatte das Gefühl, wirklich jeder Spieler in dieser Offense wurde da irgendwie eingesetzt. zehn verschiedene Leute haben da Bälle gefangen an dem Tag und für die Jets. Es ist, ich war extrem angetan und ja, wir haben jetzt viel über, oder du hast viel Positives über Mike White gesagt. Man kann die ganze Saison schon positiv über die Jets Defense reden und auch in den Medien geht das jetzt rum. Die Jets sind ein legitimes Playoff-Team in der AFC dieses Jahr. Die brauchen einfach einen Quarterback, der die leichten Dinge halt auch leicht aussehen lässt, habe ich gehört. Und das finde ich, passt ganz gut. Mike White, wir wissen alle, dass Mike White jetzt nicht von heute auf morgen zu Aaron Rodgers wird. Okay? Vom Talent her. Das ist nun mal nicht so. Aber es reicht bei manchen Teams aus, wenn du die richtigen Skillplayer hast, ein gutes Scheming oder Offensive Playcalling auch, mit einem Running Game unterstützt und halt eine Bomben Defense, was die Jets ja haben, dann reicht es aus, wenn du einen Fehler freien Quarterback oder einen Quarterback hast. Das ist gerade so 1 zu 1 das Versagen der Broncos gerade beschrieben hast. Zufall? Ich glaube nicht. Entschuldigung. Nee. Ja. Jetzt hast du mich echt erwischt. Würden die Broncos mit Mike White besser spielen? Mann weiß es nicht. Mann weiß es nicht. Mann White ist nicht. So, auf jeden Fall glaube ich wirklich, die Jets sind ein legitimes Playoff-Team und ich glaube, für Zach Wilson ist die Saison beendet. Also, das würde ich jetzt an dieser Stelle schon sagen, weil erstens hat er talentmäßig nicht überzeugt dieses Jahr beziehungsweise von seiner Leistung her und wenn du dann noch deine Kameraden verlierst, weil du dich im Interview danach hinstellst und keinerlei Accountability oder sozusagen, was ist denn das deutsche Wort dafür? Schuldbewusstsein oder Verantwortung. Du übernimmst keinerlei Verantwortung dafür und gehst da überhaupt nicht als Leader voran und ich glaube auch von Zach Wilson da haben wir noch nicht genug gesehen, als dass er sich jetzt in der Liga schon behauptet hätte als Starting Quarterback und Mike White kann das anscheinend überzeugend rüberbringen. Von daher, ich war auch geschockt, dass das so ausging. Ich dachte mir, okay, vielleicht ist es kompetent, aber er wird so ein Pick, ein Touchdown und 200 Yards, 150 Yards und das Spiel gilt 17, 13 aus oder so, keine Ahnung, aber das, Respekt. Und man freut sich auch ein bisschen, oder? Ja, ich muss es ehrlich sagen, ich muss es so sagen, auch, ich darf hier eine Fanbrille aufsetzen, ja, ich bin ein Fan von den Jets dieses Jahr oder generell eigentlich, weil Underdogs sind ja immer die Fanlieblinge oder zumindest bei mir, Underdogs funktionieren immer und dieses Jahr, ich weiß nicht, die Jets verdienen es einfach mal vorne mitzuspielen, weißt du? Und das ist genauso wie mit den Lions, wobei ich bei den Lions sagen muss, da ist es einfach nur dieser Dan Campbell-Modus, der mich so hypt oder mithypt, aber bei den Jets, ich weiß nicht, Jahr für Jahr kriegen die Jets auf den Sack, seit ich denken kann. Ey, das ist einfach immer so. Natürlich waren mal gute Seasons dabei und Playoff-Seasons dabei, aber das kannst du ja an zwei Fingern abzählen. Und ansonsten ist es gerade in dieser Division mit den Patriots, brauchen wir nicht drüber reden, trotzdem mal einen Voller auf den Sack gekriegt, also voll auf den Senkel, also und da freut man sich einfach, wenn dieses Team jetzt einfach mal oben mitspielt und ey, von mir aus gerne bis ins AFC Championship Game bis ins Super Bowl. Ja, vielleicht erwähnen wir es ja in der Show heute nochmal, wer weiß. Man weiß es nicht. Doch, man weiß es nicht. Man weiß es. Gut, ein weiterer Schocker, und damit gebe ich es sofort ab an dich, damit kannst du nämlich weitermachen, waren die Cleveland Browns, die in der Overtime 23 zu 17 die Tom Brady TB Buccaneers bezwingen, niederringen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also erst mal bin ich geschockt, dass Tom Brady nach einer Bye-Week verliert und Ich glaube, es geht auch eine gewisse Schuld für diese Niederlage an Tom Brady, aber und jetzt kommt das große Aber, das Time Management im letzten Quarter von den Buccaneers gefällt mir überhaupt nicht und das hat einfach, ich glaube, die lagen 17, also die lagen 17, 10 glaube ich vorn, noch mit, ich glaube, zwei Minuten oder so und du nimmst nicht eine Timeout. Ich verstehe, okay, ja, du willst ja den Browns nicht noch Zeit geben, einen Touchdown zu machen, aber so würde ich gar nicht denken, weil schnelle Touchdowns machst du ja wahrscheinlich durch Pässe, irgendwie Big Plays, aber die Browns waren eher da, also stark im Run und das nimmt natürlich auch wieder sowieso Zeit runter und was du nicht willst, ist, dass die einen Touchdown machen und du einen Field-Gall brauchst und Tom Brady keine Zeit mehr hat, um irgendwie übers Feld zu kommen. Ja. So, und das war der Fall und demzufolge konnten sie kein Field-Gall probieren, das Passing bei den Buccaneers funktioniert einiges nicht, das ist nicht der Schocker, aber der Schocker ist wirklich, dass dieses Klatschgame, was eigentlich Tom Brady's Spezialität ist, nicht gewonnen werden konnte und auch man in der Overtime die Chancen einfach nicht genutzt hat, so, sich da irgendwie abzusetzen und für die Browns, es ist, und da sage ich wieder, es ist gut, dass man kein Fan von dem Franchise ist, weil ich mag natürlich Tom Brady und die Buccaneers, aber ich freue mich so für Jacoby Brissett, weil da reinzugehen in so ein Spiel und zu wissen, es ist mein letzter Auftritt diese Saison als Starter, bevor der Typ, der sich von 48 Frauen massieren lässt, kommt und mir den Job wegnimmt. Und der, dessen Name nicht genannt werden darf, wir beschreiben ihn jetzt nur noch so, der Masseur. Der Voldemort, der NFL. Genau, der Massageflüsterer. So, der Sean Watson. Du bist gemeint. Nee, aber ich habe mich für Jacoby Brissett gefreut, weil ich mag den auch irgendwie. Da merkst du richtig, dass, und das ist auch das Schöne, es können auch Leute NFL Quarterbacks sein, die nicht das größte Talent haben, nicht jetzt irgendwie super schnell sind oder den besten Arm haben oder die beste Accuracy, sondern einfach Typen sind, die Bock haben, die sich da reinhängen, die immer weiter trainieren und auch eine Leaderrolle irgendwie ausführen wollen. Und ich habe das Gefühl, der Jacoby Brissett, der hat wirklich bei den Browns, die waren in jedem Game dieses Jahr drin, also an das ich mich erinnern kann. Und das hat auch mit Jacoby Brissett zu tun. Von daher habe ich mich gefreut, dass er da nochmal einen Sieg abstauben konnte. Du, ich kann dem gar nichts groß hinzufügen, weil du hast alle Boxen gecheckt, was ich auch sagen wollte. Da war 20 Minuten geredet, sorry. ist aber egal, aber du hast wirklich alles auf den Punkt getroffen. Also ich wüsste nicht, was ich da jetzt noch ergänzen soll. Du hast sogar genau den Schocker beschrieben, weswegen es der eigentliche Schocker gewesen ist, nämlich eben genau diese Sache, dass Tom Brady normalerweise diese engen Klatschspiele, gerade wenn es in die Overtime geht, locker noch für sich entscheiden kann oder für sein Team. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu Nummer 3 unserer Schocker. Und auf meiner Liste stehen hier die Las Vegas Raiders, die einen glorreichen, glorreichen Sieg gegen die Seattle Seahawks in Seattle ebenfalls in der Overtime erreichen. Mein größtes Vergnügen war es, das zu sehen, weil ich habe das Gefühl, dass Josh McDaniels der Overtime-Coach schlechthin ist. Der wievielte Sieg in der Overtime ist das jetzt? Also es ist auf jeden Fall der zweite in Folge, weil letzte Woche gegen die Broncos war es auch ein Overtime-Sieg. Okay, jetzt reden wir von den Broncos, das ist erstmal eine Kunst, gegen die Broncos in die Overtime gehen zu müssen. Aber du musst in diesen Momenten auch erstmal klatsch sein und das waren sie hier. Aber und das nehme ich gleich voraus, natürlich auch nur wegen einer einzigen großen Person und diese Person, die in der Overtime hier abgeliefert hat, war natürlich auch unser Blindie-Gewinner in dieser Woche. And the Blindie goes to Josh Jacobs, herzlichen Glückwunsch für diese Leistung in diesem Spiel. Anders kann man es nicht sagen, der Game-Winning-Touchdown von Josh Jacobs, einer von Zweien, 33 Mal hat er den Ball bekommen, 230 Yards abgerissen, der eindeutige Sieger und Eckpfeiler oder einer der Eckpfeiler, die dafür gesorgt haben, dass dieses Spiel gewonnen wird. Glückwunsch! Und jetzt eine Frage an den, der Kenneth Walker auf der Gegenseite im Fantasy hatte. Matze, wie war's? Ja, also Kenneth hat ganz gut losgelegt, dann gab's diesen blöden Fumble, wo Gino Smith und Kenneth Walker nicht wussten, okay, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Und ja, die Seahawks haben irgendwie viel liegen lassen. Ich glaub, da war viel möglich. Ich meine, gut, also, die haben 34 Punkte gemacht. Es war halt einfach ein geiles Spiel. Es ging hin und her und am Ende, die letzte Aktion, die war einfach nur Josh Jacobs Johnson zu verdanken. Nämlich, Josh Jacobs und Jacob Johnson haben einfach mal dieses letzte Play gefühlt alleine gemacht. Weil der Block von Jacob Johnson und da können wir uns freuen, so, als Fans des American Footballs, die aus Deutschland kommen, denn der etabliert sich da, weil wenn das Running Game läuft und er als Fullback performt, das hat er letztes Jahr bei den Patriots auch schon gemacht, dann sichtert sich seinen Spot. Der sichtert sich seinen Spot in dieser Liga genauso. Also, sehr gut. Ja, das war natürlich der absolute Killer. Also, wenn er da übers Feld rennt, weil man hat dann ja auch so Ideen, okay, ich hatte ja auch noch den Kicker von den Raiders aufgestellt, den Carlsen, der verschießt natürlich einen 50-Art-Viertgoal, was mir direkt fünf Punkte gegeben hätte. Und, äh, also, das, ähm, weißt du, du hast dich gerade so kurz gehalten, muss ich viel zu dem Spiel sagen. Ich war einfach, ich war einfach geschockt, dass die Raiders dieses Spiel bei den Seahawks wirklich gewinnen konnten, aber. Also, ich war schon geschockt, dass sie es überhaupt so knapp gehalten haben. Denn ganz im Ernst, ich hatte mit dem Gedanken, oder ich hatte den Gedanken, wenn du aus einem Spiel kommst, wie das Spiel gegen die Broncos. Du hast es gewonnen, ja. Du hast während dem Spiel gegen die Broncos selbst auch überhaupt nicht gut ausgesehen. Ja. Und wenn du dann in der darauffolgenden Woche gegen ein Seattle-Seahawks-Team in Seattle spielst und so im Rennen drin bleibst, ganz im Ernst, es wäre mir egal gewesen, ob sie dieses Spiel gewinnen oder verlieren. Gerade in der Overtime, da ist es halt Münzwurft, da kann alles passieren. Es wäre trotzdem Schocker für mich gewesen, allein durch die Tatsache, dass sie erstens so lange im Spiel geblieben sind und dann zweitens halt natürlich die Tatsache, dass sie es gewonnen haben. Aber gegen die Hawks in dieser Saison so lange oder so gut im Spiel zu bleiben, nachdem du in der Vorwoche, oder in den vielen Vorwochen schon, arg viel Mist gebaut hast, schockierend. Wirklich. Ja. Muss ich sagen. Aber vielleicht finden die sich ja jetzt auch gerade. Vielleicht brauchte es einfach einen Quarterback, der einfach mal in der Pressekonferenz heult, damit jetzt hat er wieder geheult. Man hat es gesehen, das war ja wirklich ein tolles Bild, der Jacobs läuft durch und sofort gehen die Kameras auf Derek Carr. Der noch auf dem Boden liegt. Oh mein Gott, Alter. Nee, aber ich mag Derek Carr, ich gönne es ihm. Und ja. Eine These zu Derek Carr habe ich heute Mittag gesehen und ich würde das hier gerne mal aufgreifen und da dürft ihr gerne eure Meinung auch unten reinschreiben. Ja oder nein, möglich oder nicht möglich. Ich habe es gehört, nächste Woche, nächste Saison, Wie realistisch siehst du es, dass folgendes passiert, Derek Carr Quarterback bei den New York Jets? Nee, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Die New York Jets holen sich Jimmy Garoppolo. Okay. Okay. Gut, kann man auch mitgehen. Also einfach deswegen. Und ich glaube auch, Derek Carr ist ein Raider. Ich weiß, ich habe diese Gerüchte auch gehört. Aber ich meine, guck mal, da kommt dein Studienbuddy rüber, ja, um mit dir zu zocken, der einer der besten Wide Receiver der Welt ist. Und dann verlässt du den nach einem Jahr wieder, weil du am Anfang der Saison gestruggelt hast. Okay, du hattest ja auch ein neues Coaching, neues Playcalling. Wir sehen ja, wie das bei den Broncos ist, wenn ein Team einen neuen Quarterback bekommt und einen neuen Coach. Hier haben wir jetzt den Fall, da ist der Quarterback wenigstens leicht, der übrigens letztes Jahr dieses komplette Franchise tragen musste, in die Playoff getragen hat. Ich glaube, der ist so, ich meine, sonst heute eher nicht, der ist so verbunden mit den Raiders. Der ist so ein wirklich wahrer Raider. Ich glaube, der beendet auch seine Karriere als Raider. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du den weggeben willst unbedingt, weil der ist jetzt keiner, der unbedingt mit Talent überzeugt, sondern finde ich eher mit Leadership und mit Verbundenheit zu dem Franchise und dem Team. Finde ich gut. Finde ich gut. Also die Frage auch beantwortet. So. Und jetzt die letzte Frage zu dem letzten Schocker. Denn ich war geschockt. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Ich war geschockt im Spiel der Baltimore Ravens gegen die Jacksonville Jaguars. Dass Justin Tucker sein entscheidendes Field Goal von waren über 60 Yards nicht trifft. He-Ben und 60 Yards wäre Rekord gewesen übrigens. Wieso trifft er das denn nicht? Also shocking. Was war da denn los? Er hat es zu hoch angesetzt. Ja, ich glaube es auch. Er hat das wirklich richtig, richtig hoch geschossen. Und es ist auf Justin Tucker ist einfach kein Verlassen. Furchtbar. Oh, ich muss mein Sarkasmusfeld hochhalten, sonst verstehe ich das nicht. Ich glaube, dass er sogar hat er nicht sogar eine Streak laufen mit in vierten Vierteln und Overtimes. Ja. Also eine richtig lange. Ja, 80 oder auf die 80 zugehend haben kontinuierliche Kicks, die im vierten Viertel oder Overtimes sicher durchgegangen sind. Der Zweitplatzierte war 14. Es ist absurd. Es ist absurd. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, Entschuldigung, es hat ja nicht viel gefehlt. Also es waren drei Yards vielleicht, dann hätte es gereicht. Der war genau on point. Der war richtig mittig. Also du hast die Spieler schon gesehen, gejubelt. Also oh, und dann leider doch zu früh gefreut. Aber schon bitter. Ja, also das ist auf jeden Fall der absolute Schocker gewesen. Was man noch schockierend finden könnte, ist, dass mit, ich glaube, einer Minute 40 auf der Uhr die Jaguars an der 10-Yard-Linie stehen und einen dritten und 21 haben. und aus diesem Drive einen Touchdown machen. Und mal ganz ehrlich, das haben wir jetzt nicht, und da kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die überhaupt nicht schockierend sind, das haben wir nicht zum ersten Mal gesehen, dass die Baltimore Ravens eine Double-Digit-Führung oder zumindest eine deutliche Procession-Führung dieses Jahr weggeben. Und wie die Defense dann auch am Ende zusammengebrochen ist, die konnten nichts mehr verteidigen. Das erinnerte an Anfang der Saison, als die Defense wirklich trashig gespielt hat. Und also in diesem letzten Drive, sorry, ich glaube auch, dass man ein anderes Play wählen kann, um vielleicht Justin Tucker noch mal ein bisschen näher heranzubringen. Vor allem habe ich den Kommentator gehört, you have to take a timeout. Mussten sie ja nicht. You have to go out of bounds. Musste der Typ ja nicht. Der musste ja einfach nur ein bisschen im Kopf mitzählen, wie viele Sekunden runterlaufen, also von den Ravens, um dann down zu gehen und dann nimmst du halt sofort das Timeout. Aber ja, die Story ist, the prince that was promised, Trevor Lawrence mit dem güldenen Haar. Ich glaube, das war sein Breakout-Game. Also das könnte das Breakout-Game gewesen sein. Es war auf jeden Fall ein Breakout-Drive. Also da muss man ganz ehrlich sagen, waren mutig. Die haben das Mittel der Ravens genommen, die dadurch, glaube ich, dieses Jahr schon ein Spiel verloren haben mit dieser Two-Point am Ende, anstatt den Ausgleich zu nehmen. Und haben sich halt gesagt, okay, wir ziehen das jetzt hier durch, wir spielen die Two-Point und das Play, ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast, dieser kurze Pass auf links außen, diese kleine Out-Route von einem der beiden Joneses, ich glaube, es war Zay Jones, der die Two-Point gefangen hat, oder Marvin Jones, Zay Jones hat den Touchdown gefangen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der Pass war absolut, also der Ball ist so schön geflogen, das war ein absoluter Spiral, richtig hart geworfen, genau an die richtige Stelle. Und da hast du gesehen, der Typ, der hat's drauf. Der kann. Also der kann, der kann. Du musst den halt nur surrounden, du musst den auch ordentlich protecten, aber die Dinger, die sind akkurat. Und ich glaube auch wirklich, dass Doug Peterson genau die richtige Option ist für diesen jungen Spund. Absolut. Weil das funktioniert. Also du siehst diese Chemie, die hier gerade zwischen den beiden wirklich gerade in dem Vergleich mit Urban Meyer. Also innerhalb von einem Jahr ist diese komplette Trainer, oder Coach, Quarterback-Chemie, kann man so einmal um die komplette Achse gedreht. Glaubst du, dass es auch wirklich damit zu tun haben könnte, dass gerade so junge Quarterbacks einfach einen Coach brauchen, der Erfahrung hat in der NFL? Ja. Der einfach auch als Head-Coach Erfahrung hat? Ja, natürlich. Nicht umsonst sagen sie doch alle, dass Coach oder dass generell College und NFL zwei vollkommen verschiedene Welten sind. Ja. Natürlich hast du die Basis, die gelegt wird im College und dass da die Grundsteine gelegt werden. Aber in der NFL, da brauchst du, da kannst du nicht anfangen mit einem Rookie-Heading, Head-Coach, wenn du einen Rookie-Quarterback hast. Eine von diesen beiden Positionen muss mit einem Veteran oder mit einem erfahrenen Mann besetzt sein. Also, du kannst ja gerne mal überlegen oder ihr könnt auch gerne mal überlegen. Hast du ein Jahr im Kopf oder ein Team im Kopf, wo es jemals funktioniert hat, dass sowohl Quarterback als auch Head-Coach neu in der NFL gewesen sind und es funktioniert hat? Naja, also jetzt Jahre zurück würde ich nicht denken. Also klar, man denkt jetzt erst mal so, Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs, hat Andy Reid. So. Und das ist der absolute Senior, sage ich jetzt mal. Und der hat ja wirklich Erfahrung. Weil Sean McDermott weiß ich es nicht. Ich glaube, das war auch sein erster Head-Coaching-Job mit Josh Allen. Aber ich musste sofort an Mike McDaniel und Tua denken, weil Mike McDaniel ja auch ein Wookie-Head-Coach ist. in dem Sinne. Ja, aber er hat ja NFL-Erfahrung. Aber er hat ja NFL-Erfahrung. Das stimmt. Deswegen, also college-mäßig fällt mir nichts ein. Deswegen schreibt in die Kommentare, wenn ihr da was wisst. Ja. Weil das wäre jetzt einfach mal unsere Theorie. Richtig. Ja, und abschließend kann man vielleicht noch mal sagen zu der Two-Point-Conversion, ich mag das. Also dieses Gutsy-Call, gerade am Schluss von so einem Spiel, auch gerade, weil du halt in der Saison bist, wo es theoretisch gesehen ja eigentlich nur noch um das Pick-Standing geht. Also das Draft-Pick-Standing. Um mehr geht es ja nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass die Jacksonville Jaguars jetzt ernsthaft noch sagen, ja hier, wir spielen doch für die Playoffs oder irgendwas, oder? Glaubst du das? Nein, oder? Also allein vom Standing her, die Jacksonville Jaguars, die sind jetzt vier und sieben in der Division. Gut, okay, in dieser Division ist irgendwie alles... Nee, die Titans holen sie, glaube ich, nicht mehr ein. Kannst du vergessen. Also du bist in der Situation, ich will darauf hinaus, du bist in der Situation, wo es eh jetzt nicht so gravierend ist, ob du jetzt ein Spiel gewinnst oder verlierst. Ja. Erspar doch den Leuten eine weitere Overtime. Erspar ihnen das und zieh es einfach schnell ab oder zieh es einfach schnell durch wie ein Pflaster abziehen. Und nee, ich finde das gut. Also gerade in diesen Momenten finde ich so sehr cool. Ich glaube, in den Playoffs werden sie nicht kommen. Das ist dann jetzt zu spät aufgewacht. Aber man muss noch erwähnen, die haben das alles in der zweiten Halbzeit gedreht ohne Travis Etienne. Also das ist ja ihre größte Waffe. Der ist verletzt. Wissen Leute, die ihn bei Fantasy übrigens haben. Danke dafür. Und ja, Respekt an die Jaguars. Wer weiß, wie es nächste Woche ausgeht. Und bei den Ravens, oh Gott, mir geht es einfach auf den Sack, dass die immer wieder diese Leads blowen. Also, weil du kannst die ja nicht. Ich habe die letzte Woche auf meinen Tears gehabt. Any given Sunday. Die können jeden besiegen, aber die können auch gegen jeden verlieren. Die können auch gegen jeden verlieren. Und so ein bisschen, also so ein bisschen möchte ich mich ja schon mal auf Sachen verlassen können, oder? Schön, dass du es so ausgedrückt hast. Oh Gott. Ich sage dir, worauf du dich verlassen kannst. Du kannst dich auch verlassen, dass wir jetzt nach diesen vier Schockern zu unseren Highlights kommen. Three-Point-Stands, unsere Highlight-Spiele. Und weil wir es gerade schon davon hatten, weil es ein ähnliches Konzept ist, was auch von den Ravens gefahren wird, jedes Team kannst du besiegen. Aber auch gegen jedes Team kannst du verlieren, weil du sie im Spiel hältst. Stichwort, weil du sie im Spiel hältst, die Buffalo Bills zu Gast in Detroit bei den Lions. Das erste der Thanksgiving-Spiele. Und die Buffalo Bills, sagen wir mal knapp, gewinnen sie dieses Ding mit 28 zu 25. Matze, es ist das Paradebeispiel von dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, auf jeden Fall. Du schaffst es nicht, den Deckel drauf zu machen und du schaffst es nicht, oder, ja doch, du schaffst es nicht, den Deckel drauf zu machen. Du hältst das gegnerische Team selbst im Spiel. In dem Spiel war es ja ein bisschen anders, als sonst von Buffalo gewöhnt. Da haben sie zumindest ihren Red-Zone-Pick in der ersten Halbzeit geworfen und am Ende des Spiels. Also, von daher, das war der Unterschied. Ne, ich habe auch das Gefühl, die sind jetzt nicht überragend gestartet, die Bills, aber, ach, die Lions. Wenn du dich auf eine Sache verlassen kannst, ist es die Lions zu Thanksgiving-Spielen verlieren. Und trotzdem aber einem richtig Spaß machen. und das war es halt auch. Es war ein Krimi zum Truthahn, direkt das erste Spiel. Die Lions haben wieder mal eigentlich auch durch ihr Passing-Game überzeugt, gerade so was mit Amorasa und Brown läuft, das machen sie wirklich, wirklich gut. Die haben divers, viele Running-Backs, die sie da einsetzen können und sie spielen ihre Gegner tough und gerade auch in der Defense. Wir haben, ich glaube, jetzt in den ersten zehn Wochen oder neun Wochen war eigentlich die Lions-Defense oder vielleicht auch acht Wochen die schlechteste Defense der Liga. Zumindest auch haben die meisten Punkte zugelassen. Gut, gegen Buffalo sind es jetzt 28, aber es ist immer noch Buffalo. Also, die können auch jemanden 41-10 wegschießen. Und das haben die Lions nicht zugelassen. Ich glaube, Jeffrey Okuda hat nicht bespielt, der beste Cornerback, den sie haben. und trotzdem fighten die. Und das ist einfach der Spirit, der vom Trainer vorgegeben wird. Ja, und auf der anderen Seite, Buffalo, Josh Allen hat ein gutes Spiel gemacht. Also, es ist halt, sie machen auch, sie machen die Dinger einfach zu eng. Und es ist wie die Ravens. Nur die Ravens, die geben das halt dann ab. So. Und die Buffalo Bills haben sich gedacht, okay, wir starten mal ein bisschen slower und gewinnen das Ding am Ende mit Tyler Best und seinem Field Goal. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dieses Spiel ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, wie sehr ich den Lions diesen Sieg hier gegönnt hätte. Ja, ja. Also wirklich jetzt. Die sind zwei Minuten, knapp, zwei Minuten 50 vor Ende des Spiels sind sie in Führung 1922. Ja, genau, 1922 steht es. Und dann machen die Bills einen Touchdown. Eigentlich bist du auf sicherem Kurs, du gehst sogar noch mal über das Feld, greifst nur zu einem Field Goal und dann, oh mein Gott, und dann geht ein Josh Allen innerhalb von 21 Sekunden, die noch auf der Uhr sind, noch mal übers Feld und bringt noch einen Touchdown rein. Also, noch ein Field Goal in die Riege. Es tut mir einfach leid, ey, es tut mir wirklich leid, dass, nee, ich saß, ich saß ich als Grün- und Gold-Support, er saß wirklich da und hab mir gedacht, Squirbert kann doch nicht sein, dass es in diese Richtung geht, schon wieder. Detroit, ihr, ihr tut mir einfach leid. Ja, tut uns auch ein bisschen weh. Ja, wirklich, ja, obwohl sie natürlich, man kann immer sagen, sie können stolz drauf sein, wie sie gegen Buffalo mitgehalten haben und so, aber ich meine, das ist die NFL. Das ist nicht befriedigend genug. Richtig. Das ist überhaupt nicht befriedigend, nicht nach so einem Spiel. Nee, belohnt euch einfach, weißt du? belohnt euch doch. Das ist halt ärgerlich. Aber hey, bevor wir jetzt die ganze Zeit rumschmollen, oder? Du meinst, du möchtest lieber zu Thanksgiving-Spiel Nr. 2 kommen? Ja, bitte. Spiel Nr. 2, der Highlights der 3-Point-Stands, waren die New York Giants zu Gast bei den Dallas Cowboys. Division-Duell. Ja. Ja, und das an Thanksgiving ist natürlich immer extra Zucker. Die Cowboys gewinnen 28 zu 20. Das Ergebnis, sind wir ehrlich, sieht ein bisschen knapper aus, als es im Endeffekt gewesen ist, weil am Ende wurden die letzten Punkte von den Giants gemacht. Es war schon fast Gabelstein, es war Gabelstein. Im Prinzip konnte nicht mehr so viel passieren. Ja, also die Giants haben gut losgelegt und dann habe ich gehört, in der Halbzeit gab es dann schon Stuffing und Truthahn für die Spieler der Giants, weil so haben die in der zweiten Halbzeit gespielt, nämlich fett und voll. Also da ging nichts mehr. Und am Ende, ich glaube ja, eine Minute vor Ende haben sie dann mal einen Touchdown hingekriegt. Ja. Du hast klar die Limitations von Daniel Jones gesehen, das hat die Dallas Cowboys Defense halt hervorgebracht und ich glaube, die hatten den gleichen Rekord, als das Spiel begonnen hat, aber du hast gemerkt, das Talent ist einfach auf der Seite, also gerade offensives Talent ist auf der Seite der Cowboys. Ja. Jetzt haben sie auch noch Dorton Schulz gefunden, Beck Prescott kann zwei Interceptions werfen, die können wieder 13 Strafen haben, Coach Mike McPenalty hat wieder zugeschlagen und trotzdem ist es kein gefährdeter Sieg gewesen. Ja. Also zu keinem Zeitpunkt, vielleicht im ersten Viertel, wer weiß, aber ansonsten. Ja, beim Kickoff, beim Kickoff vom Spiel war es ein gefährdeter Sieg. Nee, aber ich bin absolut bei. Dark hat mir in dem Spiel überhaupt nicht gefallen. Der, ich finde, nein, nee, es tut mir leid. Der hat, ja, er hat, ich glaube, vier, wie viele Yards hat er geworfen? Ich muss gerade mal schnell checken. Ähm, 261 Yards. Okay. Zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie habe ich so dieses Gefühl, wenn ich einem Quarterback zugucke und ich als Zuschauer, unabhängig davon, ob ich Fan von diesem Franchise bin oder nicht, wenn ich einem Quarterback zugucke und selbst das Gefühl habe, himmelig zu werden, so in dem Sinne, ach Gott, mach irgendwas, mach irgendwas, mach irgendwas. Das ist Happy Feet, ja. Du hast, wenn ich als Zuschauer das Gefühl habe, hm, mach irgendwas, ich werde ungeduldig, tu irgendwas. Es wird mir einfach keine Sicherheit vermittelt. Es ist schwierig zu beschreiben, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, aber ihr guckt dazu und ihr wisst genau, ich traue dem Braten nicht, was gerade so funktioniert oder was da gerade am Laufen ist. Und genau dieses Gefühl hatte ich bei Doug Prescott oder habe ich des Öfteren, muss ich sagen, bei Doug Prescott, unabhängig davon, wie seine Zahlen sind, wie sein Quarterback Rating, etc., wie viele Touchdowns sind, mir ist vollkommen egal. Ich habe bei ihm immer das Gefühl, da könnte jetzt das Beste vom Besten rauskommen oder das absolut Schlimmste vom Schlimmsten und jedem Spielzug. Um euch das zu erzählen, ich verstehe total, was Phil meint und ich versuche das jetzt mal zu übersetzen für Leute, die ein bisschen Fußball gucken. Wenn ihr Bayer Leverkusen dieses Jahr beim Fußballspielen zugeseht, dann denkt ihr, okay, da ist übrigens viel Talent da, aber ich habe Megaschiss, es kann alles passieren, wir können gegen jeden gerade verkacken. Und Doug Prescott, weißt du, hat auch Talent und auch dieses Leader-Gen, meiner Meinung nach. Aber es könnte halt auch sein, dass er vielleicht mit dieser Rolle so ein bisschen struggelt. Weißt du, einerseits musst du der Leader sein und das kann Doug. Aber auf der anderen Seite bist du nicht die größte Waffe deiner Offense und das musst du akzeptieren. Und das zu akzeptieren, glaube ich, oder das irgendwie so in Einklang zu bringen, das ist, glaube ich, das Schwierige. Das ist schwierig, ja. Die Cowboys leben von dem Running Game. Jerry Jones hat sich vor der Saison hingestellt und hat gesagt, dieses Team läuft über Sieg. Also gewinnt über Sieg. Und was ist rausgekommen, es läuft über Pollard. Ja, aber sie sind beide stark. Die haben sich auch abgewechselt. Ich glaube, Sieg hatte jetzt das bessere Spiel statistisch gesehen. Letzte Woche war es das Pollard-Game. Also die Cowboys sind da stacked, dann haben die noch CeeDee Lamb und Dorton Schulz und Michael Gallup ist zurück. Also da geht einiges. Und vielleicht kommt ja noch, weil es war ja der Bowl von der Olde Beckham Junior Bowl zu Thanksgiving. Also vielleicht kommt ja auch noch O'Dell rein. Es wird ja fleißig die Werbetrommel gerührt auf Instagram und Twitter. Damit hören sie ja nicht auf. Und ich weiß nicht. Und das ist wieder das, was die Cowboys so unglaublich unsympathisch macht. Wir gewinnen ein Spiel und man kann sich nicht einfach mal darüber freuen, dass man gewonnen hat. Man muss jetzt wieder ins Internet gehen und sagen, ey O'Dell, es ist voll geil hier, oder? Und das fällt dir am Ende auf die Füße. Sage ich so, wie es ist. Ja. Es fällt dir auf die Füße. Ja. Ja, gehe ich mit. So, übrigens O'Dell Beckham Junior gab es jetzt das Gerücht, wurde er aus einem Flugzeug irgendwie rausgeschmissen oder so? Oder er musste inzwischen landen, weil er sich da in der Innenstadt meint? Ja, ich habe nur die Headline gelesen. Ich habe es nicht aufgemacht. Das sind so Allüren. Das interessiert mich nicht wirklich. Alles klar. Ja, aber passt super. Ja, passt auch nach Dallas. Ja. Wunderbar. Ne, aber die Cowboys sind richtig stark und ja, die Giants haben immer noch einen guten Record. Sagen wir das mal so. Glaubst du, die Cowboys werden die Eagles noch ablösen? Ne. Ne. Die Eagles, die Cowboys, die stehen mit, was stehen die? 8-4? 8-3? Die Cowboys stehen jetzt aktuell bei 8-3. 8-3. Okay, die 8-3. Die Eagles haben das erste Spiel gewonnen gegen die Cowboys und sind bei 10-1. Ja. So. Das sind noch Spiele. Ja, aber die Cowboys verhauen sie eins gegen die Denver Broncos und schon geht es schnell. Ich lege meine Hand ins Feuer. Wenn die Cowboys Oda Beckham Jr. kriegen, verlieren die das erste Spiel, wo Oda Beckham Jr. spielt. Sage ich so, wie es ist. Weil da wieder alles andere wichtiger ist, als eigentlich Football zu spielen. Und wer, finde ich, total untergeht in dieser ganzen Debatte, weil die Defense ist so gut und so weiter und so fort. Alter, Kellen Moore hat es hingekriegt, 8 Wins hinzukriegen und die Hälfte der Saison mit Dings gespielt, Cooper Rush. Ja, also, der, Spieler bewirbt sich auch in Zukunft für einen möglichen Head-Coaching-Job. So wie der Arbeit, also so wie der Coach, so wie der arbeitet und ich meine, der Typ, wenn ihr den mal gesehen habt, der sieht aus, als ob er gerade 18 geworden ist. Also, von daher. Ich glaube, die Broncos suchen bald jemanden. Vielleicht habt ihr ja Glück. Gleich den nächsten OC reinholen, der sich mal als Head-Coach probieren will. Na klar, let's go. Russell kriegt jedes Jahr einen neuen Coach. Es ist der Coachfehler. Dass Russell nächstes Jahr noch da ist. Ach, wir rutschen schon wieder zu den Broncos. Lass uns lieber zu was rutschen, was noch sehr interessant gewesen ist. Letztes, letztes Highlight-Spiel in dieser Woche. Und das waren die Cincinnati Bengals zu Gast bei den Tennessee Titans. Und die Bengals gewinnen dieses Spiel 20 zu 16. Beide Teams Darf ich da anfangen? Ganz kurz. Ja klar, lass mich kurz noch sagen, beide Teams stehen jetzt nach diesem Spiel 7 und 4. Jetzt darfst du. Super, okay. Ach, jetzt erst nach dem Spiel stehen beide 7 und 4? Jetzt stehen beide 7 und 4, ja. Oh, okay. Weil die Bengals waren hinten. Okay. Vom Record her. Korrekt. Als ein Fantasy-Owner, der neben Kenneth Walker und diesen Josh Jacobs Eskapaden diese Woche, der das schon erdulden musste, habe ich natürlich auch Derrick Henry gestartet. Und dann läuft der Typ über das Feld und alle denken, okay, Henry ist durch, das wird ein Wahnsinns-Touchdown, wie auch immer, und fambelt den Ball an der 2-Hart-Linie, nur damit der Birx sich da raufwerfen kann. Und da muss mir vielleicht auch nochmal jemand, wenn ihr das wisst, schreibt das bitte mal in die Kommentare, da muss mir auch mal jemand die Regel erklären. Ich habe gehört, dass wenn ein Offensivspieler fambelt, dass er nur, also dass er der Einzige ist, der den Ball weiter vorne als vom Ort des Fumbles, also wenn der Ball weiter vorne, nach vorne springt, ist er der Einzige, der den Recoveren darf. Wenn er jetzt den Ball fambelt und ein Mitspieler recovert den Ball da vorne, dann ist es ja normalerweise, wird er dann wieder gespottet, da wo er ihn gefambelt hat. Das dachte ich zumindest. Also so wurde er ausgelegt. Jetzt war es aber so, dass der Touchdown gezählt hat. Ja. Also das würde mich mal interessieren. Das ist eine interessante Sache. Interessant. Ja, das würde, gehe ich mit, würde mich interessieren. Also wer das jetzt weiß und wer das jetzt sieht, bitte mal da die Regelkunde, die offizielle Regelkunde unten rein. Aber das ist gut, wo du das sagst, ja. Genau, ich meine, ich finde, man sollte die Petition einreichen. Also natürlich muss der Touchdown zählen, aber man soll die Punkte Derrick Henry geben, weil er hat den Bayern bis dahin gegeben. Der Punkt da haben, komm, der Rest ist egal. Null ist die Fantasy-Punkte und der Rest ist Wurst. Aber an sich, an sich war das ein Spiel, das ausgeglichener, auch von den Statistiken her und vom Ablauf her ausgeglichener nicht hätte sein können. Eigentlich, das war richtig gut. Pass mal auf, erste Halbzeit 0-0, zweite Halbzeit 10-10, dritte Halbzeit, äh, Halbzeit, erstes Quarter 0-0, zweites Quarter 10-10, drittes Quarter 3-3 und nur im vierten Quarter haben die Bengals 7-3 gewonnen. Das war dann im Prinzip die Vier-Punkte-Unterschied und auch von den ganzen Statistiken, 374 auf der einen Seite, 344 Yards auf der anderen Seite, Passing 270 zu 291, das ist alles super nah beieinander, Completions genau dieselbe, also genauso oft completed, den Ball geworfen auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Die Bengals mit ein bisschen mehr Rushing Yards, aber auch Time of Passession sind zwei Minuten Unterschied, also, äh, jeder hätte dieses Spiel gewinnen können. Jetzt hast du, jetzt hast du, glaube ich, alle Strafen vorgelesen, alle Statistiken vorgelesen, bis auf eine und das waren die Strafen. Die Strafen. Und bei den Strafen war es so, da waren die Cincinnati Bengals 9 zu 8 vorn, also haben 9 Strafen gehabt und die Tennessee Titans nur 8. 80 Negativjahrs zu 57 Negativjahrs, ja. Hätten die Titans mal nur 7 gehabt. Ja. Eine Strafe. Die eine war richtig bitter und das war, dass der, warte, ich habe mir den Namen sogar aufgeschrieben, weil Kevin Strong hieß er, glaube ich, Kevin Strong, Special Teamer für die Tennessee Titans, rennt über den Center beim Kick. Clever. Und jeder weiß, du darfst nicht über den Center rennen. Was darfst du eigentlich? Du bist der dicke Defender in der Mitte und hast nur eine Aufgabe, nicht über den Center zu rennen, weil du wirst nicht derjenige sein, der das Speedgoal blockt, ja, oder der jetzt bis zum Kicker nach vorne kommt, um das Speedgoal zu blocken. Das sind die Außen. Du hast eine Aufgabe, nicht den Center zu überrennen. You had one job. Kevin Strong, das ist der Anti-Blindy. Also, sorry. Nee, das war echt schade, weil ich hätte gern gesehen, dass sie das Speedgoal schießen und Ryan Tannehill mit, ich glaube, was war es, eine Minute oder so auf der Uhr nochmal einen Drive kriegt. Die hatten, glaube ich, sogar noch Timeouts. Es waren sogar mehr als eine Minute, glaube ich, aber auf jeden Fall konnten die Bengals das dann beenden. Ja, ja, richtig. Schade. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde auch, aber trotz dieser Niederlage, trotz dieser Niederlage finde ich die Tennessee Titans immer noch super. Das stimmt, aber ich finde die Bengals besser. Ja, das stimmt, aber ich finde die Titans immer noch, die sind so gut gecoacht. Dieses Coaching von Mike Rabel ist einfach bei jedem Spieler zu sehen. Das ist so dieser ähnliche Effekt wie auch bei Dan Campbell und bei Robert Sulla. Ich finde diese Mentalität ist auch so eine ganz besondere Mentalität, die er hier rüberbringt. Und wenn du Mike Rabel am Spielfeld dran siehst, dieses so Pitbull-mäßig und so Hände in die Leiste gestützt und guckst sich alles an, so leicht nach vorne gebeugt, du weißt einfach, okay, sprich ihn jetzt nicht schief an, frag ihn nicht, was er heute Abend zu essen hat, sonst fängst du einen. Aber das Team spielt halt so, wie der aussieht. Ja, das ist genau der Punkt. Das Team spielt so, wie er aussieht. So Pitbull-Mentalität, sag ich doch. Aber wenn du von Coaching redest, wir müssen auch ein bisschen Credit an die Coaches der Bengals geben für dieses Spiel, weil ohne Jamar Chase und ohne Joe Mixon gegen die Titans zu gewinnen und die dabei, ich glaube, bei insgesamt 60 Rushing Yards zu halten. Das ist stark. Das könnte man glatt denken, die gehören nicht aufs Tier, dass die Defense die Championship verlieren wird. Aber gut, also Respekt. Ich war extrem beeindruckt von den Bengals und ja, Joe Burrow ist auch ein Ausnahmetalent. Das kommt auch dazu. Wir haben auch einen guten Kicker. Also mit den Bengals muss man auch dieses Jahr wieder rechnen, in den Top-Teams, wenn man über die Top-Teams der AFC redet. Ich denke auch, ganz im Ernst, ich denke, die Bengals, die werden sich auch die Division holen. Gehst du immer noch mit den Ravens? Weil ich, die sind jetzt beide sieben und vier. Spielen nochmal gegeneinander. Spielen nochmal gegeneinander, aber ich weiß nicht, die Ravens, wir haben es vorhin gesagt, die werfen zu viel weg, muss man ganz ehrlich sagen. So viele Fourth Quarter, die sie in den Sand setzen, ich glaube, das wird denen auf die Füße fallen im Ende der. Also die werden wahrscheinlich, die werden in die Playoffs, kommt es natürlich nicht, aber die Division, könnte ich mir vorstellen, dass die Bengals die noch cashen. Ja, kann sein. Also ich bleibe bei den Ravens, ich bin weiterhin der Meinung, das ist das insgesamt dann doch besser gecoachte Team. Man muss jetzt mal gucken, ich glaube Marlon Humphries hatte sich mal kurz verletzt bei den Ravens in der Secondary, das ist ja einer der besten Cornerbacks, den die haben, dass die gesund bleiben und vielleicht mal ihren Running Back J.K. Dobbins wieder kriegen, der bei mir auf AR sitzt, aber ja, nee, ich bleibe weiter bei den Ravens. Ich glaube, die Ravens, die finden dann auch wieder im Mojo, die krachen nächste Woche irgendjemanden weg, ich muss mal gucken, gegen wen sie spielen. Aber, hey. Hier, heute Überleitung der Extra-Klasse. Nächste Woche, wollen wir doch einfach mal gucken, was nächste Woche so ist, so ansteht an Spielen, an Partien. Wir kommen zum Orakeln. Upsets, Locks, Highlight-Spiele und natürlich das Spiel, mit dem wir auch starten, das I-Have-No-Idee-Spiel, Spiel, in dem man überhaupt keinen Schimmer hat, was denn da in der kommenden Woche passieren wird. Wir haben uns auf folgendes Spiel geeinigt, die LA Chargers zu Gast in Las Vegas bei den Raiders. Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, warum. Die Raiders sind Achterbahn-mäßig unterwegs, mal das größte Team aller Zeiten, mal das komm-ge-weg-Team aller Zeiten und auf der anderen Seite haben wir die Chargers, die sind doch mal ehrlich ganz ähnlich unterwegs sind. Ja, die Chargers machen immer zwischen 20 und 25 Punkten gefühlt und die Raiders können halt mal so oder so, die können halt mal 0 Punkte machen oder halt 40. Also welches Spiel ist wohl besser geeignet für das I-Have-No-Idee-Spiel? Ich würde sagen, gehen wir sofort weiter zu den ordentlichen Spielen, wo man auch ein bisschen was predikten kann. Fangen wir an mit unseren Locks. Okay. Und mein Lock, ich starte hier einfach mal und gebe dann sofort auch nicht weiter, mein Lock in der kommenden Woche sind die Seattle Seahawks zu Gast bei den LA Rams. Die Rams, sind wir ehrlich, das ist kein Superbowl-Team. Das wird diese Saison echt nichts mehr. Es gibt nur noch aufs Gesicht Kinhaken von Sean McVay ist das Paradebeispiel, wie diese Saison für die LA Rams läuft und genauso wird es auch weitergehen. Die Seahawks kommen aus einer bitteren Overtime-Niederlage gegen die gerade erwähnten Las Vegas Raiders und werden hier jetzt zurückschlagen. Die werden hier zurückschlagen, mal abgesehen davon ist es ein Division-Duell, was eben meistens in die Richtung der Seattle Seahawks geht und deswegen Lock, dass die Seahawks dieses Spiel gewinnen. Ist ein sehr guter Lock, gehe ich auf jeden Fall mit. Die Rams sind dieses Jahr einfach kein gutes Team. Ich habe letztens gehört, könnten sogar das zweitschlechteste Team der Liga momentan sein und mir fallen und mir fallen auch nicht viele Teams ein, wo ich sage, die Rams würden die gerade bezwingen. Insbesondere auch jetzt ohne Cooper Cup und ohne Matthew Stafford. Ich gehe in eine andere Richtung. Ich sage einfach, Dak Prescott wird eine bessere Leistung abliefern und die Cowboys werden die Colts auf jeden Fall schlagen. Weil Jonathan Taylor gegen mich in Fantasy spielt, nein, weil die Cowboys einfach das bessere Team sind. Dieser Jeff-Saturday-Zauber war natürlich in den ersten Wochen da. Es täuscht aber nicht darüber hinweg, dass sie ein stationäres Ziel als Quarterback haben, was Micah Parsons sich quasi, der wird sich am Abend vorher ein Poster von Matt Ryan angucken die ganze Zeit und wird denken, dich kriege ich morgen. Also ich prophezeie, ich prophezeie einfach mal, dass Matt Ryan insgesamt siebenmal gesackt wird. Ich schreibe mir mal die Zahl mit, dann kann ich das nämlich einfügen. Siebenmal wird der gesackt nächste Woche. Das wird ganz, ganz schlimm für die Colts. Deswegen ist das mein Lock. Gut. Wie sieht es denn aus mit deinem Highlight? Weil dein Lock finde ich jetzt zum Beispiel schon mal richtig gut. Ah, jetzt gehen wir in die Highlights schon? Oder Upsets? Ah, nicht die Highlights, dein Upset. Entschuldigung, mein Fehler. Okay, kein Problem. Es hängt auch, ich finde es gut, dass du das so gemacht hast, weil es hängt ein bisschen zusammen, denn wir müssen ganz ehrlich zu euch sein. Alles geplant. Wir haben kurz drüber gesprochen, bevor wir die Sache aufgenommen haben und es gibt einfach fünf, sechs Spiele, die wir hier als Highlight Games nehmen könnten diese Woche. Es sind ein paar Granatenspiele dabei. Eins davon will ich mal kurz erwähnen. Leute, guckt euch die Lions gegen die Jaguars an. Das wird der absolute Hammer. Also dieses Spiel wird, glaube ich, das spannendste Spiel und auch Highscoring sein. Das wird so das Sneaky Highlight. Mhm, mhm. Auch mit Mannschaften, die eigentlich, glaube ich, noch nie in Highlight-Spielen waren. Aber nee, wir wollten zum Upset kommen und auch diesen Upset, den ich mir ausgesucht hatte, den könnte man unter Umständen eigentlich auch als Highlight-Game werten, weil es sind Mannschaften mit einem guten Rekord, die gegeneinander spielen und zwar sind das die Tennessee Titans und die Philadelphia Eagles. Und mein Upset ist, dass die Tennessee Titans zurückbouncen werden und die Eagles schlagen. Und diese These hat eigentlich nur einen Grund. Derrick Henry. Wie könnte es auch anders sein? Richtig. Weil Derrick Henry hat jetzt in der letzten Woche, ich glaube, 40 Rushing Yards gehabt. Derrick Henry hat keine 40 Rushing Yards. Das geht nicht. Das will er nicht so. Der rennt schon mehr, wenn er aufs Klo muss. Richtig. Und die Eagles haben ein echtes Problem in den letzten Wochen offenbart, den Run zu verteidigen. Letzte Woche haben die Eagles auch, glaube ich, von Aaron Jones und AJ Dillon ordentlich was eingeschenkt bekommen. Und seit der Jordan Davis von Georgia gekommen sich da verletzt hat in der Mitte, ist da ein Loch, was auch der Dominican Zoo bisher noch nicht schließen konnte. Und ich glaube, dieses Loch, muss ich mal meine Wortwahl aufpassen, wird ordentlich brennen. Ja. Dieses Loch wird ordentlich brennen. Und Derrick Henry wird es zum Glühen bringen. Phil, bitte, erzähl mir mal deinem Upset. Oh Mann. Großartig. So stelle ich mir das vor. Um diese ganze glühende Diskussion oder eine glühende Aussage mal zum Abkühlen zu bringen, ich sage dir mal schnell, mein Upset in der kommenden Woche, bevor wir dann zu den eigentlichen drei Highlights kommen. Mein Upset in der kommenden Woche, pass auf, sind die Denver Broncos, die nach Baltimore fahren und die Ravens knacken. Und ich sage dir auch, wieso. Ich sage euch auch, wieso. Bitte. Die Ravens haben jetzt schon so viele Spiele im vierten Quarter weggeworfen. Klare Siege. Die Baltimore Ravens sind in meinen Augen zum aktuellen Zeitpunkt zu sehr von einem funktionierenden Justin Tucker abhängig. Und jetzt pass auf, auf der anderen Seite haben wir die Denver Broncos, in dem ein Russell Wilson von seinen eigenen Leuten während eines Spiels, das gegen die Carolina Panthers gespielt wurde, verloren wurde. Und während dieses Spiels wurde Russell Wilson von seinen Teammates angegangen und gesagt, hier, mach endlich was. Ich glaube, das ist die schlimmste, die schlimmste Bloßstellung im öffentlichen oder im TV, die man in den amerikanischen, in den Staaten haben kann. Und das wird richtig Konsequenzen haben. Und in diesem Fall wird es Konsequenzen für die Baltimore Ravens haben. Denn Russell Wilson wird nächste Woche nach Baltimore fahren und das Spiel seiner Denver Broncos Karriere abliefern. Über 350 Yards, vier Touchdowns. Geil. Ich mag, ich mag total deine Überzeugung. Ich nehme es dir auch ab. Ich glaube trotzdem, dass die auf die Fresse kriegen, aber okay. Nee, aber sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut. Okay, kommen wir zu den drei Highlights. Genau, machen wir die Highlights, gehen wir weg von der Märchenstunde. Und Marcel hat es gerade schon gesagt, wir haben in der kommenden Woche eigentlich fast nur Highlight-Spiele. Wir haben es richtig schwer getan und deswegen gehen wir so einfach mal ganz schnell durch die drei, für die wir uns am Ende entschieden haben. Das allererste, quasi das, wo wir uns sofort einig gewesen sind, das müssen wir auf jeden Fall reinnehmen. Das sind die Miami Dolphins zu Gast bei den San Francisco 49ers. Ganz einfach, mega starke Offense auf der einen Seite, eine Shutout-Defense auf der anderen Seite. Mats hat es vorhin gesagt, vier Spiele jetzt schon in der zweiten Halbzeit ein Gegner bei null Punkten gehalten. Absurd! Und diese beiden Teams treffen jetzt aufeinander, ganz klar. Highlight Nummer eins. Ja, ich bin gespannt auch, ob diese Defense irgendwie diese Offense stoppen kann. Also das wird echt, also die Dolphins-Offense, ob die irgendwie gebremst werden kann von den 49ers oder irgendwie Punkte erzielen kann. Also wer weiß, man könnte schon fast sagen, keine Ahnung, aber dafür ist das Spiel zu gut. Also es wird einfach ein geiles Spiel. Wir wissen, wir haben eine Idea. Wir wissen, es wird ein geiles Spiel. So, ich mache gleich mit dem zweiten weiter, weil das war direkt dahinter. Und zwar sind, das fängt auch, glaube ich, nur 20 Minuten später an, das sind die Kansas City Chiefs zu Gast bei den Cincinnati Bengals und ein Rematch vom letztjährigen AFC Championship Game, was die Bengals ja für sich entscheiden konnten. Und ich glaube, das wird auch eine ganz, ganz enge Nummer. Zu den Tipps kommen wir gleich, aber das sind zwei der, ich sage jetzt einfach mal, vier besten Teams in der AFC, weil ich einfach noch nicht weiß, wie ich die ranken würde, alle. Deswegen, aber die beiden gehören auf jeden Fall zu den Top 4. Ja. Und das wird auf jeden Fall richtig interessant. Und was auch interessant wird, wird Highlight-Spiel Nr. 3. Da haben wir uns in der Tat ein bisschen schwer getan oder beziehungsweise wir haben ein bisschen überlegt, wen wir den jetzt da nehmen sollten von dieser großen Auswahl. Am Ende sind wir stehen geblieben bei den New York Jets, jetzt zu Gast bei den Minnesota Vikings. What? Wieso denn die Jets? Ja klar, ist doch logisch. Mike White, der den Umbruch, das große Upgrade auf der Quarterback-Position bei den New York Jets ist. Wir glauben, dass das wirklich eine gute Sache sein könnte. Und wenn der wirklich so zündet, wie er jetzt hier in seinem ersten Einsatz gezündet hat, dann verdienen sich die Jets auch wirklich diesen Spot in den Playoffs. Und wir hoffen ja alle drauf. Wissen wir ganz kurz, wissen wir, wie alt Mike White ist jetzt hier so spontan? Ich glaube, er ist unter 50, aber ich bin auch wirklich schlecht im Schätzen. Ja, mir ging es jetzt eigentlich eher darum, der ist 95 geboren, das heißt, ganz schnell rechnen, Matze, der ist 27. So. Mir ging es darum, ob Mike White eigentlich gerade so seine mögliche Zukunft gegen sich spielen hat jetzt in diesem Spiel. Weil Kirk Cousins ist eigentlich so ein Mike White, nur mit mehr Erfahrung, mehr Siegen schon, weil er einfach länger spielt und einem wesentlich fetteren Bankkonto, weil er einfach die richtigen Verträge abgeschlossen hat. Aber Mike White, hey, das könntest du sein. Das wird auf jeden Fall interessant. Du hast es vorhin schon gesagt, das ist vielleicht einer, der so ein Poster von Kirk Cousins über sein Bett hängt. Ich könnte du sein. I want to be Kirk Cousins. Eines Tages. Gut. Wollen wir so schnell tippen und dann unsere Highlights und dann verabschieden wir euch in den restlichen Tag. Fangen wir an mit Miami at San Francisco. Ich starte, ich sage Miami gewinnt das. Ich sage San Francisco. Warum? Ich feiere die Dortmunds total. Also ich bin hin und her gerissen in dem Spiel. Aber ich sage... Bei allen. Bei allen dreien bin ich auch in der Berge. Okay, weiter. Kansas City at Cincinnati. Ich sage die Bengals. Ich sage die Chiefs. Okay, okay, okay. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Wir sind schon 1 und 1. Jetzt kommt das Finale. New York Jets zu Gast bei den Minnesota Vikings. Ich nehme in diesem Spiel Mike White und die New York Jets. Jawohl. Gut, okay. Ich nehme ich auch. Wenigstens 1, wo wir uns einig sind. Jawohl. Die Jets absetzen hier die... Naja, kann man ja nicht sein. Doch, das ist ein ganz klarer Sieg, der das sehen wird. Oh Gott. Wenn es doch nur so wäre. Nein. Warten wir es einfach mal ab. Kommende Woche wissen wir dann mehr, wenn wir am Dienstag wieder hier sitzen. Beziehungsweise, wenn ihr das dann Donnerstags seht. Ne, Mittwochs. Mittwochs seht. Gut. Und damit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zugucken. Und Matze, vielen Dank, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Gerne. Damit sehen wir uns nächste Woche. Und bis dahin. Vielen Dank. Und Support. Ja, das Wort. Ja, das Wort.